Mama, die Kühe ist so heiß. Ja, was willst du denn? Guck mal, der Affe denkt, du gibst dir gleich was zu essen. Guck mal, Mila, da ist der kleine Affe. Ja, guck, ich will mal Kuh, oder? Willst du raus? Ja, man kann da rein, ne? Ja, guck mal. Guck mal. Guck mal, du bist so klein. Das ist so klein. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal.